Herzlich Willkommen zurück hier bei How to Survive mit mir, Patti und dem Staiffen Und wir sind wieder hier. Unser Problem ist jetzt gerade, dass wir ganz schön krass am Verhungern und Verdursten sind und wir uns irgendwas suchen müssen. Warte mal, wie war das mit dem, wenn ich anziele und halte, dann ist krasser. Genau, lange zielen, genau. Wir müssen irgendwie jetzt mal hier durch, also irgendwie... Oh, ist ein Pfeil? Lass mal da unten gehen. Wir laufen ganz schön langsam. Wir müssen auf die Piranhas aufpassen. Naja, das ist halt, weil wir einfach mal am abfucken sind. Das mal hier hochgehen. Nee, kommst du gar nicht hochgehen. Nee, komm mal hier hochgehen. Was waren Sprinten? War das nicht Schiff? Mit Leertast. Mit Leertast war das. Ja, und wir sind jetzt auf... Wir haben ja jetzt gerade das mit dem Kind gehabt beim letzten Mal. Oh, oh. Ich hab Angst. Und ähm... Das mit dem Kind war ja so, dass das Kind ja runtergefallen ist und wir jetzt der Mutter quasi... Was ist denn das da? Alter. Wir müssen jetzt quasi der Mutter sagen, dass das Kind da runtergefallen ist. Hier ist so eine Wurzel. Kannst du dich damit heilen? Bun. Halt gerade... Ja, da hinten. Ich hab auch ne Heilpflanze. Warte mal. Die kann aber nicht. Warte mal. Ich nehm die einfach mal. Hat nicht viel gebracht. Warte, soll ich dir noch eine geben? Nee, ich hab's noch nicht genommen. Essen. Jürgen, bisschen hat's gebracht. Biss mal noch. Ich hab dir noch eine gegeben. Hast du. Alles ne Wurzel. Die ist richtig gut, Alter. Ohne Scheiß. So. So. Naja, trinken bräuch ich halt jetzt in Kürze. Hier ist auch irgendwie kein Brunnen oder gar nichts, weil wir ja hier auch mitten im Sumpf sind. Also das ist schon realistisch. Was hatten wir denn jetzt? Wir hatten die letzte Folge, hatten wir die, die die Dings... Mit dem Kind. Mit dem Kind, genau. Oh, hier ist wieder so ein Ass noch, warte. Ah, Headshot. Gut. Wir hatten das mit dem Kind gehabt, und ehm, das Kind muss jetzt, ähm, ist ja runtergefallen. Ah, nee, genau, wir mussten jetzt der Mutter berichten. dass das Kind da drin nicht fallen ist. Genau, genau. Mit noch Schrauben. Wir müssen ihr Mutter jetzt sagen, dass das Kind da drin nicht fallen ist. Genau, genau, genau. Dass sie nicht in der Lage war, ihr Kind vernünftig für Sorgen zu tragen. Das ist ein Witter für ein Spinnenkopf da oben. Weg, 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 weg. Oh! Ja, Junge, da gab es... Vorher hast du die gerade mit einem Schuss getötet? Ich habe einen Gefahrguthelm. Eine Gasmaske mit einem Helm ist ein Gefahrguthelm. Kannst du das nochmal angucken? Was kalt ich denn hier mit der außergewöhnlichen Pflanze machen? Was ist denn das da oben? Was ist denn das da oben? Guck mal. Komm ja nicht raus. Ne, da kommt man ja nicht hin. Da müssen wir mal kicken, wie man da hinkommt. Lass mal runter hier. Aber hier sind... Ich glaube, hier sind... Wir nehmen den Dicken. Alter, der ist ja wirklich in der Riesenrange, Alter. Wir sind Piranhas. Pass auf, wir sind Piranhas. Oh Gott. Ja, ja, da müssen wir aufpassen. Hier geht's hoch. Hier sitzen wir am Buch, Leute. Könnte ein bisschen laut werden. Ist gut, dass wieder das nur du siehst. Also sollte ich das abspielen. Kannst ja für Taubstumme mal machen. Piranhas. Ja, das Piranhas nur. Kann man abbrechen. Also Piranhas kennen wir ja nur schon. Können wir. Also wir machen mal die Luke hier auf. Warte mal hier. Alter. Oh, komm schon. Der kann dann nicht raus. Der kann nicht raus. Der ist eingesperrt. Wo sind der? Wo ist der? Weg, 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 weg. Weg. Der ist nicht raus. Der ist weg jetzt irgendwie. Einen Fernsehen, immer die Wurzel, genau. Mal runter hier. Bist du sicher, da kommen wir jetzt irgendwo hin? Ey, du musst nicht irgendwo hin gehen. Oh, da ist der Husch. Jawohl. Die ist da. Fleisch habe ich genommen. Warum hast du jetzt eigentlich einen Bogen? Nein, ich glaube, der sagt, der hat ich da letztens genommen. Ja, warum? Du hattest doch noch eine voll, noch krassere Waffe. Hattest du die nicht, ihr habt, achso, ich habe ja so einen Automaten. Ne, ich habe da die eine Kettensäge umgebaut. Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Krieg mal was hier, Junge. Achso. Ach, warte mal, ich fülle mal meine Flasche auf, ja. Ich habe keine. Ich glaube, ich habe mehrere, warte mal. Ich kann hier, glaube ich, eine geben. Aber ich muss irgendwann droppen. Äh, ich werde gar aufziehen. Ich habe sieben leere Flaschen, davon kann ich dir ruhig eine geben. Ausrüsten. Ja, gib mir mal eine. Gib mir mal drei. Mach die gleich mal voll. Fallen lassen. Fallen lassen. Gut. Äh, Flaschen. Hast du mir die direkt gegeben, okay. Ja, ja. So, achso. Jetzt muss ich die nochmal auswählen. Wieder füllen. Auswählen. Füllen. Auswählen. Und füllen. Gehen wir nochmal rum zum Punkt hier. Da wird jetzt bestimmt ein bisschen actionreicher. Achso, hast du jetzt von dem Hirscher alles mitgenommen? Ja, habe ich. Hast du alles. Also du kannst die Wurzel essen. Erstmal. Ich mach mal kurz Feuer. Achso, Wurzel, Wurzel, Wurzel. Ja, haben wir. Und dann, äh, Heikräuter hab ich hier noch. Mal die Keule auswählen und kochen. Was machen wir denn hier mit diesen ganzen scheiß Pflanzen? Da führen die irgendeinen Zweck? Essen. Alltag bin ich mir fast gesund. Geil. Na, die Pflanzen, das weiß ich noch nicht, was diese seltenen Pflanzen machen. Okay, pass auf. Stell dich mal auf Action ein. Ich bin schon mit Action. Doch. Komm bestimmt von unten. Da kommt noch einer raus. Jawohl. So, da ist. Oh, noch ein Hippie. Da war noch nicht tot, denk dran. Wir sind erst tot, wenn... Oh, da kommt noch einer, mit dem Helm. Oh, Fettih. Kikker. Fettih, Fett, Fett. Oh, da kommt welche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geil ist, die Piranhas greifen hier oben an. Oh, Fettih. Fettih, Habik. Oha. Alter. Oh, je, 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 je. Wir nehmen die ganze Zeit irgendwelche Scheiße auf, aber aufs andere Pfeile. Warte, steht hier Holzstock? Nee, warte, stand da. Holzstock. Kann man daraus Pfeile machen? Jetzt wieder am Bauplan. Echt? Für? Für einen stabilisierten, hölzernen Bogen. Geil, ich kann jetzt... Der könnte doch, aber letztens irgendwas mit den Carbon Bogen, aber Carbon hab ich ja nicht. Ja, wollte ich sagen. Also, wenn ich jetzt quasi den, wenn ich jetzt den Stiel von, warte mal, ne, 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 ne ne ganze Hake, meine ganze Hake, ich hab übrigens einen abgebrochen, ne. Ja, na ja, übrigens bin ich da kannst du einen stabilisierten Bogen machen und wie. Du willst die Pfeile haben? Warte mal hier ist ein Harphunengriff, Medichead, warte mal hier ist noch Medichead. Immer hat das Medichead mit, was hier dann ist? Medichead, Medichead? Da oben im Regal da. Ach da. Ich hab dir die Pfeile gegeben, ja. Okay. Wieder raus. Wir gehen wieder raus. Komm, wir machen weiter. Hast du noch irgendwas zu essen jetzt? Äh, nö. Nein, das müssen wir suchen. Wir müssen jetzt zu der Mutter. Die ist weiter unten gewesen. Wo waren die Meppen nochmal? Äh, eh. E war auch die Karte, ja? Quatsch, tapp, 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 tapp. Die Mutter ist nicht rechts von uns. Also jetzt hier runter und dann hoch. Genau, jetzt nach oben. Ledergoot, Ledergoot, Ledergoot. Kann ich mir nehmen, nimm mal mit in Ledergoot. Da oben sind Piranhas aufpassen, die kommen jetzt dahin. Ich glaube, wir müssen hoch, oder? Nee, da komm mal mit hier. Oh, zeig dich, Schütt. Hast du mich schon wieder getroffen? Entschuldigung. Oh, sagen wir, andere Seite kommt so noch. Das weitergehen. Achso, wir müssen hier hoch, ja. Äh, ich hätte gesagt, müssen wir hoch, hätten wir hochgehen müssen, ne? Oh, zeig die Westen, genau. Oh, warte, ich erinnere. Drecksvieh. So, wo die angehen. Äh. Schrauben. Na, ist egal. Kommt her, kommt her. Kettenjoe ist vor mir, hä? Oh, wie ist das? Pflanze? Guaranerwurzel? Kann man da was machen? Da kannst du dich aufputschen mit, dass du wach bist. Du bist jetzt zum Beispiel müde, nimm das Ding mal. Achso? Dann bist du ja wach. Ja, ja. Stimmt. Und zack bist du wach. Erschöpfung. Wir müssen hoch, ne? Wir hätten hochgemusst, glaub ich. Ja, wir müssen hier lang. Und danach hier oben lang. Hier. Na los. Säge, Mann. Der Säge, Mann. Uäh. Hä? Bin ich gerade erschossen? Den Sack? Warte mal, ist noch eine Pflanze drin? Außergewöhnliche. Weiße Pflanze. Was man immer noch mit mir noch haben kann. Sag mal, hab ich hier noch so ein Heilkraut? Geil, Alter. Kombinieren mit dem Ding. Da gibt noch so ein, äh, Dings? Oh, sorry. Schön angesägt, erst mal. Alter, wo ist denn der hingeflogen? Der Hackflasch-hassende Zahacker. Das ist irgendwo was groß ist. Da haben wir schon, Steffen. Achso. Da waren wir schon überall. Könnte sein, aber da oben kommen jetzt irgendwelche Sammies. Ja, der war tot. Den musst du nicht noch nach zersägen. Das ist so eine Verschwendung von Benzin. Naja, besser als Munition. Das ist denn hier rum. Hier sind Früchte. Siehst du die auch? Krieg ich mal einen Erfahrungspunkt, die haben Früchte einsammelt, ja? Du, Gen. Können wir uns mit jeder Gürtel nicht irgendwas tolles basteln? Ja, da habe ich irgendwas einmal draus gebaut, aber ich weiß nicht mehr was. Naja, scheiße. Alle weggemähtert. So, jetzt kommen alle. Vielleicht du die mal an. Jo. Eff. Natürlich nicht. Es tut uns schrecklich leid. Bitte, nein. Nicht meine kleine Frau. Das stimmt doch gar nicht. Wahrscheinlich kommt jetzt in und tötet die, oder? Mission abgeschlossen. Glückwunsch. Kriegen wir jetzt schon jetzt? 500. Haben wir jetzt irgendwie ein Level abgemacht? Warte mal, gucken. Ziele, Fertigkeiten. Fertigkeiten, Härtigkeiten habe ich jetzt keine weitere. Batterie und was noch? Flugzeugkabel. Aber mein Inventar ist voll. Die Mecke? Oh, meins auch. Warte mal. Warte mal, ich esse mal was. Ich muss mal was wegschmeißen. Fallen lassen. Wo ist denn das Kabel? Ich habe alles mit dir. Hast du alles mit dir? Warte mal, da ist noch ein Heft. Da ist noch ein Heft. Armschütze. Armschutz aus, ähm, Reifengurten. Reifengurten und... Reifen, wie mache ich nochmal Reifengurte? Die musste mit der Machete... Machete und Reifen. Genau. Und was war das andere? Das andere war... Beinschutz, das war das selbe. Da brauchst du es da aber... Ach so, einfach nur. Da brauche ich jetzt nur diesen Reifengurten zu. Armschutz aus Reifengurten. Na, ich habe noch einen Reifen. Warte mal. Du hast doch einen Reifen, du Schlingel. So, Maik, einen Reifen. Zusammenfügen mit Dings... Ach so, ich sollte mich mal heilen sehen, gerade. Meine Gesundheit ist... Ja, und was mag ich jetzt? Ja, ist jetzt eine Frage, was mag ich jetzt? Hä, verstehe ich jetzt nicht. Hm. Wo ist denn dieses Heft? Kann man das Heft da mal reingucken in das Heft, wo man... Ja, ich glaube überhaupt... ...Tuben oder so? Nee, ich glaube nicht. Überlebenshandbuch. Doch. Habt ihr mal zwei Stöcker noch gegeben? Gut, Waffen, Panzerung. Armschutz. Aus Reifengurten. Oh Gott. Entwurf. Das ist mit dir nicht richtig. Ich verpiss dich. Hau ab. Hä, verstehe ich nicht. Weg mit dir. Ach so, ich muss... Irgendwas kombinieren. Reifen. Was tut denn bitte? Mach die Kettensäge aus. Verbraucht Benzin. Die ist gleich leer. Warte mal, ich verstehe gerade diesen Scheiß hier nicht. Ich mache einen Reifengurt aus dem. Aber was mache ich denn nicht? Aus was mache ich denn das andere? Ach, aus einem Beinschutz und Reifengurten mache ich bitte. Wie mache ich nochmal einen Beinschutz? Na. Reifen... Ach, Stücke Reifen und Gürtel. Das heißt, ich brauche quasi zwei, äh... Ach, das ist doch scheiße. Was brauchst du? Ich brauche zwei Reifen. Aus dem muss ich quasi mit einem Gürtel zusammenbinden und den anderen muss ich dann mit, ähm... mit einem zerhackten Reifen zusammenfügen. Also quasi einen Armschutz mit einem zerhackten Reifen ist ein Beinschutz. Müssen wir jetzt wieder zum Flugzeug? Ja. Hier runter. Oh, warte mal. Hier war eine Wurzel. Zum Heilen. Das ist ganz gut. Warte mal. Muss man auch mal zum Heilen nehmen. Da sind die Nachtviecher wieder. Ja, ja. Ich switch mal auf den Bogen. I've got your back. Warte mal. Müssen wir hier hoch? Müssen wir hier hoch? Alter. Unten? Komm mal nicht hin. Wie ist so ein Invent... äh, ein Bauplan? Aber den kennen wir ja, oder? Was machst du denn? Nicht angreifen lassen. Was sieht denn das aus? Selbstmord. Trinken muss ich wieder. Suicide. Oh, Knochenklinge? Komm mal, ne, mal. Mal trinken. Äh, F. Ne, doch. F. Weißt du mal, wo müssen wir... Wir müssen, äh... Alter. Hat gesagt, die Karte ist ja voll verwirrend. Hat das ja Öl's verwirrend. Müssen wir lang? Wo kommen wir denn da zurück? Ich guck mal. Warte mal, wir müssen hier runter, oder? Wenn du geht? Ja, wir müssen hier runter. Jetzt sind wir gleich da, ne? Ja. Alter. Oh Gott. Hirsch. War das nüt? Zombie-Hursch. 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 Alter. Sind die mich richtig? Alter. Ohne Scheiß. Der ist richtig krass, der Hirsch. Alter. Der ist tot. Jawoll. Jawoll, jawoll, jawoll. Alter, der hat mich immer richtig mies erwischt. Alter, der hat mich auch richtig krass erwischt, dieser scheiß Zombie-Hursch. Der hat auch, der droppt auch nischt. Shiitake-Pilze. Ich sollte schon Früchte, Inventar voll. Was mach ich denn jetzt? In Ecke. Äh, ich muss mich erstmal heilen hier. Ne, Inventar ist voll. Ich kann sie nehmen jetzt. Ich musste sowieso essen. Sieh schon ja gar nicht durch hier. Alter. Ah, die Früchte bringen ja aber gar nichts, oder? Nicht so viel. Er heilt sich ja so gut wie echt nicht. So, da sind wir schon. Das ist so ein Steg, hier bei der. So, äh, das müssen wir, nee, warte mal. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen hier zu unserem Kumpel Ramon. Ramon. Der gute Ramon. Da ist Ramon. Scheiß, Batterie ist kaputt. Wir brauchen eine andere. Die Kabel sind schon gut, aber... Nja... Hallo? Ja, ja. Na, klick mal weg. Ne, warte mal, der redet bei mir noch. Warte, alle die lesen. Er hat gesagt, der braucht eine andere Batterie. Also brauchen wir jetzt eine neue Batterie. Nee, ein Pfeil. Ach ja. So war das. Ne, Ziele. Ich mach jetzt, dass ich... Oh Gott. Oh Gott. Den hat's voller Wischtier gerade. Ich hab jetzt gemacht, dass ich auf der Karte Tiere und so sehe. Echt? Das ist natürlich geil. Jetzt machst du am besten, dass du nicht so viel Hunger hast. Oder was der zweite da ist. So, warte mal. Lass mich das mal in Ruhe jetzt kurz machen. Ja, warte mal auf. Was unser Ziel jetzt ist. Was ist jetzt unser Ziel? Ach, wir müssen zu... Da oben ist ein... Hä? Da oben ist ein No-Weg. Da waren wir aber gewesen. Scheiße, ich hab jetzt auch so ein Ruf geklickt. Auf was? Auf ihn Symbol. Jetzt? Ja, jetzt hab ich... Fähigkeit Schildbooster herstellen. Komm der jetzt bitte her. Hier ist ein Steg. Du, kann man den wieder wegnehmen? Nee, kannst du nicht. Boah, ist ein bisschen Piss. Warum klickst du da einfach ruf? Naja, weil ich dachte, den kann man sich das angucken. Aber der scheitert ja so... Nicht immer so viel denken. Ja, toll. Ja, das sind die Veränderungen. Gut, Leute, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Cut. Sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir rausfinden müssen, was unsere jetzige Mission eigentlich ist. Und bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.